Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach und legal Geld verdienen könnt. Das ist mit dem aktuellen Event noch möglich, denn auf die ganzen Telefonattentate gibt es jetzt 1,5 Mal mehr Geld und RP. Und ja, mit dem Trick, den ich euch gleich zeigen werde, könnt ihr natürlich auch die Cooldowns dann überspringen. Normalerweise habt ihr dann nach jeder Mission einen Cooldown von 10 Minuten. Und ja, was braucht ihr dafür? Ihr müsst auf jeden Fall den Zugang zu den Telefonattentaten haben. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die freischalten könnt, das Video werde ich euch auf jeden Fall dann in der Videobeschreibung noch verlinken. Und ja, dann ruft einfach mal Franklin an und fordert euch einen Telefonattentat einfach an. So, dann begebt ihr euch einfach zu dem Telefon hin und startet diese Mission dann einmal. So, ihr seht, die Mission hat gestartet und oben links bekommt ihr immer einen Attentatbonus. Den müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, denn für den Bonus bekommt ihr immer um die 100.000 GTA-Dollar. In meinem Fall soll ich einfach jetzt die Zielperson mit einem Taxi einfach einsammeln. So, ich habe dann einfach Taxiunternehmen einfach angerufen über das Handy. So, mit diesem Taxi begeben wir uns dann einfach dann zur Zielperson, lassen diese Zielperson einsteigen. Und dann seht ihr, dass wir auf der Map dann wieder eine andere Markierung bekommen. Dort ist dann die Müllhalte. Dort begeben wir uns dann einmal hin. So, einfach dann in die gelbe Markierung reinfahren. Und schon ist die Mission beendet. Und die Mission, die hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. Also, die Mission, die hat jetzt knapp 4 Minuten gedauert. Und ich habe jetzt 127.500 GTA-Dollar dafür bekommen. Ja, was auf jeden Fall echt nice ist. Auf jeden Fall. Und ja, um jetzt den Cooldown einfach zu oben gehen, wartet einfach, müsst einfach jetzt mal das Interaktionsmenü öffnen. Geht ihr auf Stil, einmal das Outfit wechseln und dann seht ihr unten rechts die gelbe Ladeschnecke. Wir warten die gelbe Ladeschnecke einfach ab. Geht dann ins Schnellmenü, einfach die Anwendung schließen und GTA einfach neu starten. So, sind wir jetzt im Online-Modus wieder gespawnt. Dann können wir jetzt ganz einfach die nächste Mission starten. Wir öffnen wieder das Handy, rufen dann Franklin an. Jetzt haben wir nämlich keinen Cooldown mehr. So, wir rufen Franklin an und können jetzt den nächsten Telefonzellenattentat ganz einfach dann anfordern. Wir geben uns dann wieder zur Telefonzelle hin, starten diese Mission. So, in meinem Fall habe ich jetzt genau wieder dieselbe Mission bekommen wie eben gerade. Das heißt, ihr einfach wieder das Taxiunternehmen anrufen, mit dem Taxi die Zielperson einfach einsammeln. Und ja, jetzt muss ich einfach nur mit dem Taxi die Zielperson einfach ertränken. Ihr bekommt halt immer oben links die Meldung, was ihr genau machen müsst. In meinem Fall muss ich jetzt einfach die Zielperson mit dem Auto ertränken. Wunderbar. Und diese Mission, die ging sogar jetzt noch schneller. Diese Mission, die hat jetzt knapp drei Minuten gedauert. Und ich bekomme wieder 127.500 GTA-Dollar. Müsste ich auf jeden Fall noch ausnutzen, Leute. In dieser aktuellen Eventwoche. Wie gesagt, das GTA wird jetzt für eine Woche funktionieren. Ich meine, dieser Glitch, der funktioniert halt immer. Aber nur für diese Woche gibt es halt an 1,5 mal mehr Geld und RP. Einfach dann die Anwendung wieder schließen. GTA wieder neu starten. So, dann sind wir jetzt in der Online-Lobby wieder angekommen. Dann können wir jetzt ganz einfach wieder das Handy öffnen. Und ihr seht, den Cooldown, den haben wir jetzt wieder umgangen. Und könnten jetzt wieder die nächste Mission starten. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.